Zurück bei Yoshi's New Island geht es heute weiter mit dem Stachel-Labyrinth in Welt 3.3. Ich habe bisher nur gefehlt in den letzten Part. Wobei, nee, die erste Welt, oder das erste Level war eigentlich noch in Ordnung, aber das zweite, das war einfach nur Katastrophe mit diesen blöden Affen. Ja, gut, das mit dem Blaks war am Anfang auch ein bisschen total chaotisch. So, erstmal weg mit dir. Ja, das genau gleich am Anfang da unten. Nee. Okay, kannst du mal vollknicken? Ich wollte nämlich nicht, dass ich da oben das sehe, ne? So, was ist jetzt hier? Mhm. Nein. Nein. No. No. Da werde ich richtig so knörig, so wie so ein kleines Kind, so... Wenn ich sowas von daneben ziele. Okay, gut, die kann ich jeweils naschen. Oh, hier kommen bestimmt wieder Sporen. Ähm. Oh, wie komme ich denn da hoch? Du guckst eine rote Wassermelone, um fünfmal Feuer spucken zu können. Ja, ja, okay, gut. Da habe ich jetzt kein Problem damit. Wie komme ich da hoch? Ah. Okay, so. Ne, das ist wieder was anderes. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Da ist irgendwas. Da muss irgendwo was sein. Aha. Ich wusste doch, irgendwo ist da was. Deswegen war das auch so gut versteckt, ne? Das muss man ja denen jetzt mal lassen. Anders kommt man da gar nicht hoch. Ähm. Äh, ja. Okay. Ich brauche ein großes Ei. Das kriege ich da her. Bring ich da hin. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das, äh, genauso funktioniert, wie ich mir denke. So. Mit dich. Und. Oh. Bisschen weiter vor. Achso, kann ich nicht. Viel Glück. Funktioniert das genau so. Und dann komme ich hier hin. Hier hin. Die darf ich auch nicht vergessen. Okay. Hier runter und da raus. Geil. Höhle. Ah. Und dann bin ich schon wieder am Anfang. Tschüss. Uah. Bin ich wieder hier in der Höhle, ne? Nein. Blöds Ding. Das einnehmen. Ich glaub's nicht. Ich fenn schon wieder in das Ding da rein. So. Danke. Da ist nix. Ah. Eine Blume. Und was haben wir da? Was, die nächste Tür? Was? Och, nö. Und ich stell grad fest, warum hab ich eigentlich Halle und Herzlich Willkommen gesagt, wenn ich den Part weiter aufnehme, ne? Ach, ja. Na gut, ich wollte schon lang mal wieder schneiden. Also ihr werdet sie wahrscheinlich eh nicht mitkriegen, aber Von dem her ist es egal. Ich erwebe mich gerade nur so ein bisschen. So. Und da gibt's jetzt kleine Sternchen, ne? Gut. Da hab ich schon mal 15 kleine Sternchen. 15 kleine Sternchen mit dem Kontrabass. Da sind auf der Straße und erzählten sich was. Da kam der Yoshi. Ja, ja. Was ist denn das? Fünf kleine Sternchen mit dem Kontrabass. Weck mich doch. Und? Oh yeah. Oh yeah. Seht ihr das? Seht ihr das, Leute? Jetzt muss ich genau aufpassen, wo ich hintrete. Oh nein, die schon wieder. Okay, ich will da jetzt noch nicht rein. Ich will erstmal... Die abfackeln. Okay, 17 von 20. Damit hab ich dann... 20... Ja. Gut, 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 gut. Das sieht gut aus. Ja. Kann man so lassen? Ja. Nicht mit mir. Wow. Das war knapp. Okay, jetzt fehlt mir noch einer. Moment. Einer fehlt mir. Wo könnte der denn jetzt sein? Der muss in der Eipassage sein, ne? Ist klar. Mhm. In dieser Rieseneipassage, die hier war, die hab ich... Hab ich wahrscheinlich irgendwo eine Münze übersehen. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht vorstellen. Und deswegen fühle ich mich gerade voll auf den Arm genommen. Im Schleimi... Schlumpf... Äh, Schlupfwinkel... Schlupfwinkel. Schlumpfwinkel. Hm. Na gut, wenn es blau ist dann ein Schlumpfwinkel, ne? Oh, obwohl... Schlupfwinkel. 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 Ah, sonst weiter ist hier nichts. Schlupfwinkel. 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 Ernsthaft. Kom. Komm. Und? Ja. Und schnell daran kommen. Schnell weg hier. Und. Geh hoch. Und was haben wir da? Einen Schlüssel. Und da sind auch nur Sterne drin, ne? Geh ich da jetzt rein oder nicht? Erstmal will ich da runter. Ah, klar. Voll, für ein Leben. Für ein blödes Leben. Für ein ganz blödes, 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 blödes Leben. Okay. Ja, hier. Schön weiterdrehen. Ja. Oh, erstmal hier. Und jetzt immer kleine einzelne Schritte. Aha. Da gibt es noch Sternchen. Nein. Ich bin manchmal viel zu schnell. Ah, schade. Hätte ja sein können, dass da was drin ist. Ach nee, ich will nicht. Ich will da noch nicht durch. Aber gut, dann gehe ich halt durch. Wow. Oh, schnell lang. Oh, das war knapp. Und was haben wir da oben? Nix. Okay. Muss ja hier alles auf Nummer sicher durchgehen. Hier ist echt nix. Komisch. Hm. Ha. Erwischt. Ähm. Äh, stopp. Das da. Den will ich haben. Okay. Also, wenn ich den jetzt weghaue. Muss ja mal gucken, wie ich das jetzt hier am besten mache. Also, da kriege ich das. Okay, mach ich einfach mal so. Jawohl, genau so wollte ich es haben. Komm, wir sind jetzt schön hoch. Ah, es war so klein. Ihr kleinen, kleinen, kleinen lieben Säck von Nintendo. Böse, 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 böse. Okay. Und warum bekomme ich das jetzt? Da würden wir doch bestimmt sagen, dass hier noch irgendwas ist, oder? Oder auch nicht. Okay. Nein, sie würden mir nicht sagen, dass da noch was ist. Ich drehe es mir einfach nur ein. Oh. Oh, verdammt. Ich weiß, dass es gleich hier hundertprozentig runter tropft. Okay. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Oh, weia. Nein, 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 nein. Oh, ist ein Witz. Das war ein Fehler. Ich krieg's nicht. Wie dumm von mir, oder? Nein. Nochmal. Komm, komm. Komm, wo ist hier nochmal so ein doofer Tropfen da? Das gibt's nicht. Der stößt genau dagegen. Tropfen, tropfen, da. Arrrr. Ha. Ab ihn. Ab ihn. So, es gibt jetzt ein Ei. Zweite Ei. Schniffels. Und wieder nach oben. Okay, ist nichts drin. Wir müssen hier mal auf Nummer sicher gehen. Arrrr. Ja, wie wär's mal, wenn du wieder runterkommst? Blödes Teil. Ich drehe durch bei diesem Level, ey. Danke. Ja, und hoch. Ist jetzt ein Witz. Das ist eine Blume. Hier drin ist nix. Nö. Okay. Ich verzweifle gerade an mir selber da. Oh, 30. Danke. Oh, das sind mir echt zwei. Das ist ein Spiel. Boah, nee. Ich hab mich eigentlich riesig gefreut, das zu spielen. Das ist echt fies. Ah, krass. Jetzt reicht's. Ich werde deine Reise mit meinen Ballonbomben beenden. Ach, Kamek, du schon wieder. Du bist doch so schnuckelig, so süß. Oh, nein. Oh, nein. Genau so wollte ich's eigentlich haben. Oh, ich achte wieder voll nicht drauf, ne? So. Hier ist ein Witz. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu blöd. Ja, Gott, im Himmel. Warte mal, ich damit Kamek abwerfen. Geht das? Jetzt nehmen wir die andere Seite. Ich glaub, ich hab mich noch nie so dumm angestellt. So. Und. Danke. Ey. Ich, ja. Leute, hatet mich dafür oder sonst irgendetwas. Nein. Es ist ein Witz. So. Komm. Danke. Boah. Le Crise. Hm. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gönn dir und dem Baby mal eine Pause. Er sagt es. Er sagt es exakt. Ich brauch ne Pause. Ich hab zwar 95 Leben, liebe Leute. 95 Leben. Aber stell mich an wie ein Idiot, als ob ich nicht mal mehr ein Leben hätte. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Droh. Haut rein. Tschüss. 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 Ich bin euer Droh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020